So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschalten hast. Ja, wunderbar. Heute wollen wir natürlich mal wieder ein schönes Orakel machen. Ich mache jetzt erst mal mein Telefon leiser. Das ist mir letztens passiert. Das geht nicht. Wir wollen jetzt spirituell sein. Und wir schauen heute mal an die Frage, die eigentlich super wichtig ist, wenn es darum geht, da mehr von einem zu warten oder mehr Emotionen in eine Bindung hineinzugeben. Und ja, es zieht sich so ein bisschen hin. Also ich bin ja immer jemand, der sagt, warte um Gottes Willen nicht zu lange auf einen Menschen. Also entweder will man gleich was von einem oder eben nicht. Aber nicht ja, aber erst irgendwann. Von daher schauen wir heute mal rein. Lohnt es sich, auf ihn zu warten? Das ist eine interessante Frage. Und das werden wir uns jetzt auch mal, ja natürlich erst mal nach meinem wunderschönen Intro anschauen. So, mein Lieben, habe ich das richtige Mikro an? Test, test. Ja, habe ich. So, es geht los. Wir wollen mal schauen, welche Energien umgeben deinen Wunschpartner denn jetzt gerade in dieser Energie. Und dafür mache ich natürlich mal meine Wenigkeit hier in die Ecke rein. Und wir brauchen wie immer ein Bild. Where is the picture? Picture, picture, picture. Da ist es. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal schauen, was geht denn da so ab? Was ist denn da so Phase? Also, ich muss hier nur mal auf meinen Lautstärkepegel schauen. Hallo, hallo. Ton ist gut, na? Also, ich habe den guten Kerl rausgelegt. Wenn du als Mann zuschaust, dann zieh das bitte als deine Wunschpartnerin. Na, immer wenn du als anderes Geschlecht zusiehst, bitte umdrehen. Denn die Männer am Kanal machen das ja hervorragend. Und ich würde sagen, wir schauen mal wieder so ein bisschen auch mit dem Tarot rein. Und dann natürlich als Klärungskarten immer mal, ja, eine Lenormau-Karte dazu. Wir wollen einfach mal schauen, welche Karte gibt es denn da? Wenn man mal zu ihm gerade jetzt fragt, ob es sich denn lohnt, auf diesen Menschen zu warten. Zu warten, habt ihr das jetzt gehört? Ah, okay. Der Wagen hoch auf dem gelben. Jetzt habt ihr euch einen Ohrwurm verpasst. Hier ist erst mal der Wagen gefallen. Das ist natürlich schon mal eine ganz gute Karte, weil beim Wagen, da setzt sich etwas in Bewegung. Da geht irgendwas los. Also, hier kann man ja sehen, da sitzt einer. Der ist jetzt da so wild entschlossen, irgendwo hinzufahren. Er verlässt da hinten seine, ja, seine sichere Burg und sagt, okay, ich gehe jetzt raus aus meiner Burg. Ich fahre jetzt los. Jetzt geht es in eine Richtung. Da geht jetzt was los. Von daher ist das ja schon mal eine ganz gute Karte, die wir da haben. Wenn ich frage, ja, lohnt es sich denn, auf diesen Mann zu warten? Also, da sieht man schon an der Karte, der Wagen, ja, da geht es tatsächlich so ein bisschen drum, ja, um einen Aufbruch. Auch, dass man mal was riskiert. Also, du siehst ja, der verlässt da hinten seine sichere Burg und da geht es los. Da geht es dann hinein, ja, so ein bisschen auch ins Ungewisse. Der Wagen, das ist aber auch generell erstmal die Karte für einen Aufbruch. Da geht jetzt etwas los, ja, also da schaut es ja schon mal ganz gut aus. Wir wollen natürlich auch mal schauen, ja, was gibt es denn da für eine Klärungskarte zu dem Wagen? Worum geht es denn da jetzt genau? Was geht denn da jetzt eigentlich los oder geht es nach hinten los? Oh, da ist natürlich schon mal der Neubeginn gefallen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Der Neubeginn, das Kind, ja, da darf was beginnen, da darf etwas anfangen. Also, von daher passt es ja schon mal ganz gut zu dem Wagen. Wenn ich frage, ja, was geht denn da jetzt los und das Kind beginnt, genau, das Kind fällt, ja, da fängt etwas Neues an und ja, diese Energie ist eigentlich schon mal ganz gut, dass man sagen kann, zumindest ist es jetzt hier schon mal so, dass er im Kopf so ein bisschen die Aktion hat, ja, jetzt fange ich was an, jetzt geht es los, jetzt, ja, jetzt wollen wir da mal was starten. Ja, ich nehme ihn schon so wahr, dass er das ist, der da auf diesem Wagen sitzt. Vielleicht hat er ja erkannt, dass, ja, dieses Rückziehding, dieses Alleinsein, dieses Zögerlichsein, dass das eigentlich gar nicht so förderlich ist. Na, was bringt einem denn das? Entweder ich mache Schluss und dann ist auch Schluss, aber ich ziehe mich nicht zurück oder ich lasse mir nicht ewig lang Zeit, bis da mal was vorangeht. Somit kann man sagen, ja, im Kopf hat er es ja schon mal, ne, der Herr, der Wagen, da geht was los, es geht um einen Neubeginn, es geht um die Liebe, es geht um die Partnerschaft, ne, wenn er jetzt gerade sagt, okay, ich erbitte mir ein bisschen Zeit, ne, und du hast so das Gefühl, okay, das ist jetzt ernst und ehrlich und das wird aber auf jeden Fall dann was, dann kannst du schon auf den Wunschpartner warten. Aber nicht so lange, keine Monate lang oder Jahre, sondern, ja, vielleicht mal ein paar Wochen schon, aber dann ist auch die Messe gelesen, der Drops gelutscht, ne, würde ich mal sagen. Ja, wir schauen mal, was wir sonst noch für eine Karte kriegen. Mal schauen, was da noch kommt, was hüpft uns aus dem Tarot entgegen. Da klatscht sie schon auf den Tisch. So, was gibt es denn da noch? Oh, die 10 Münzen, das ist ja schön. Das ist auch so eine Erfüllungskarte, wobei die Münzen eher so ein bisschen materiell, so, ja, was Greifbares sind, ne. Die Münzen generell stehen ja dafür, dass man etwas anfassen kann, was greifen kann. Na gut, vielleicht kann er ja auch dich greifen, aber, ja, wenn ich das sage, Reichtum, Erfüllung, Zufriedenheit, du bist ja dann auch im Endeffekt was Greifbares, von daher ist das auch eine schöne Karte, wo man sagen kann, ja, die 10 der Karten, das ist ja immer so eine Art Vollendung, da schließt sich ja immer etwas, ne. Also hat er hier auch sehr, sehr schöne Energien, ja. Man sieht ja, denen geht es sehr gut, denen mangelt es eigentlich an nichts, na, die haben zu essen, die haben Tiere, die haben Kinder, die haben ein Haus, die haben sich selbst, die haben Kleidung, es ist eigentlich alles da, was man sich so vorstellen kann, können eigentlich zufrieden sein. Also ich denke mal, ja, hier geht es schon so ein bisschen um seine Erfüllung. Ich sage ja auch immer, es gibt ja auch Männer, die ziehen sich eine Zeit lang, ne. Und dann denkt die Frau, ja, was ist denn jetzt mit dem? Aber es gibt auch Männer, die machen sich wirklich ernst Gedanken, darum gehe ich jetzt in diese Beziehung rein, kann ich das erfüllen, was von mir in dieser Beziehung erwartet wird, ja. Bekomme ich, was ich mir vorstelle in dieser Beziehung, und das kann schon dauern, ne. Ups, aber wenn der Mann dann in diese Beziehung geht, dann richtig. Und ich glaube, so einen haben wir hier, ich will es noch nicht verschreien, wir fragen jetzt erst mal hier nach, warum sind denn hier die 10 Münzen gefallen? Ja, ich sage es ja, möglicherweise hat er auch genug vom Alleinsein, ne. Der Turm jetzt hier nochmal als Hinweis darauf, dass es, ja, mit diesem Rückzug, mit diesem Alleinsein, dass es da vielleicht auch nicht so besonders toll ist auf Dauer, weil irgendwann möchte man schon eine Beziehung, und die Energien, die ihn hier oben umgehen, da geht es ja schon los, da tut sich was, ne. Also raus aus dem Turm, hinein in die Erfüllung, in die Zufriedenheit, dass hier etwas Tolles passiert, dass ein toller Aufbruch stattfindet. Also schaut jetzt tatsächlich doch gut aus, na. So, jetzt haben wir hier die Karte, jetzt sind es drei, die kleben so aneinander fest. So, die Botschaft, na, das ist vielleicht auch eine Botschaft an sich selbst gewesen, ne. Also wenn der Mann so ein bisschen am Rumdenken und am Überlegen ist, dann kommt er vielleicht auch zu einer Erkenntnis, ne. Und genau das, glaube ich, ist hier auch passiert. Die Botschaft aus dem Rückzug jetzt hier an dich. Hallo, ich bin im Rückzug, aber ich glaube, ich bin mir jetzt hier über einige Dinge im Klaren geworden. Der Wagen beginnt zu rollen. Ich möchte gerne in eine Vollendung gehen. Ich möchte gerne, dass sich der Kreis schließt, der Zyklus schließt. Ich habe mir vielleicht auch jetzt genug Gedanken gemacht, dass ich mir das hier auf jeden Fall vorstellen kann. Und hier oben liegt es ja auch schon so toll drin. Also eigentlich haben wir bis jetzt ganz gute Energien, wenn ich frage, soll ich auf diesen Menschen warten? Lohnt es sich zu warten? Aber wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe, nur Gutes, hoffe ich sowieso immer. Auch in meinen persönlichen Legungen. Ach, übrigens, die Wartezeiten für die, die jetzt gerade aktuell ein Reading gebucht haben, haben sich verkürzt. Ich bin jetzt doch wieder von zwei Readings am Tag oder eine Kursstunde und ein Reading oder ein Channeling. Channeling kostet mich sehr viel Kraft. Da mache ich nur eins am Tag, dann nichts mehr. Auf drei Readings pro Tag gegangen. Deswegen hat sich die Wartezeit jetzt ein bisschen verkürzt. Das ist die gute Nachricht für all die, die jetzt gerade im Moment auf ihr Reading warten. So, also, wir wollen weitermachen. Wir schauen mal, was kriegen wir denn da sonst noch für eine Karte rein. So, naja. Jetzt wird es hier schon spannender. Das sind jetzt hier die Acht Schwerter. Ja, und Schwerterkarten, da geht es ja immer so um Kopfsachen, ums Denken. Bei den Acht Schwertern, ja, da ist man vielleicht auch so ein bisschen befangen gewesen. Ja, man sieht ja hier, da steht er, in dem Fall ist es ja ein er. Vielleicht war er in der letzten Zeit sehr, sehr viel im Kopf unterwegs, der gute Mann, ja. Aber man sieht ja auch hier unten, er ist eigentlich lose. Er könnte ja eigentlich einfach loslaufen. Das ist so eine Karte, wo man sagt, ja, da ist einer vielleicht im Kopf so sehr gefangen in seinen Gedanken gewesen oder ist sich gerade dabei zu lösen, wenn wir diese Karten hier anschauen. Weil bei den Acht Schwertern geht es halt, oder bei den Schwertern allgemein geht es so ein bisschen hier um den Kopf, ne. Also, da glaube ich, hat er sich auch, ja, in seinem Rückzug, in dem er da ist, so ein bisschen sein eigenes Gefängnis gebaut. Da geht es natürlich auch um Gedanken an dich, ne. Ja, vielleicht wollte er sich ja von dir lösen, ja. Vielleicht hat er ja gesagt, okay, nee, das ist jetzt doch nichts für mich. Und hat dann irgendwie schon auch gemerkt, hm, jetzt habe ich mich zwar zurückgezogen, aber besser geht es mir jetzt irgendwie auch nicht, ja. Woran kann denn das liegen? Ist denn da doch mehr zwischen ihm und dir, als er sich eingesteht? Ja, dieses Grübeln, dieses Nachdenken, ja, das macht Kopfkino für mich so eine Kopfkino-Karte, wo man, ja, sich quasi sein eigenes Gefängnis baut in seinen Gedanken. Aber, wie schon gesagt, er ist ja nur oben gefesselt. Er könnte ja hier einfach loslaufen und sagen, na, ich gehe jetzt mal los, na, aber da ist er ja, glaube ich, auch schon gerade so ein bisschen drin in der Transformation. Lassen wir mal schauen, was sehen wir denn da mit den Lenormand-Karten noch schön mit? Ja, ich sage es ja gerade, gerade habe ich es noch gesagt, dieses Kopfkino, das da bei ihm entstand, da geht es natürlich um die Verbindung zwischen euch beiden. Die Brücke ist da gefallen, Verbindung zwischen euch, Verbindung zwischen euren Themen. Ja, also da hat er sich wahrscheinlich schon extremst einen Kopf gemacht. Wenn er jetzt gerade noch nicht so richtig bei dir ist oder im Rückzug ist, dass man hier sagen kann, okay, da hat er sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Also er hat sich da quasi schon um Kopf und Kragen gedacht. Und ich sage es ja, na, das Denken, das ist immer nicht so besonders gut. Gerade wenn es um die Liebe geht, sage ich immer, hör auf dein Herz, aber nimm deinen Kopf auch mit. Na, aber nicht so viel davon. Ja, der Schlüssel noch. Gut, sieht mir aus, als hätte er, na gut, das ist jetzt kein Schloss und keine Kette, aber den Schlüssel schon gefunden, dass er sagt, ich habe mir jetzt hier wirklich jetzt genug Gedanken gemacht, hier bis zum Exodus, bis zum höchsten Level des Kopfkinos quasi, über unsere Beide oder über unsere Verbindung und über unseren Erfolg. Und ich möchte mich dir jetzt öffnen. Ja, irgendwann kapiert es auch der Letzte, dass man im Kopf nichts entscheiden kann, was mit Liebe zu tun hat. Ein bisschen denken darf man schon, aber natürlich immer aufs Bauchgefühl hören, was sagt dir dein Bauch, was möchte dir dein Herz sagen. Ja, also das sind so die wesentlichen Dinge. Ja, das hat er kapiert. Kopfkino bringt nichts, ist ja schon mal auch mal eine schöne Erkenntnis. Und dann schauen wir jetzt noch mit der letzten Karte natürlich rein, auf was man da noch so sehen kann, weil die Frage des Readings war ja, lohnt es sich auf ihn zu warten? Ja, also wir haben jetzt ja schon einiges gesehen. Hier geht es zur Sache, hier geht es los. Der Wagen rollt in Bezug auf einen Neubeginn, die Partnerschaft. Hier natürlich, ja, die zehn Münzen, die Vollendung. Er möchte dich greifen, weil die Münzen sind ja was Greifbares. Also da geht es dann schon in die Erfüllung rein, weil er festgestellt hat, im Rückzug sein ist nicht gut. Und auch das im Rückzug sein oder nicht in der Partnerschaft mit jemandem zu sein, mit dem man eigentlich liebt, das macht extremst das Kopfkino. Also wir sehen hier schon viel zu viel nachgedacht, aber erkannt. Alleine ist nicht, ich möchte jetzt in die Erfüllung gehen. Und der Wagen beginnt zu rollen. Ja, und da haben wir jetzt hier die sieben der Münzen. Also auch wieder eigentlich was Greifbares. Und bei den sieben Münzen, ja, da hat es eigentlich so, der schaut da so auf seine Münzenfrüchte, wie sie da so am Baum hängen. Der hat Geduld, der wartet, der hat auch so das Vertrauen, dass da was wächst, dass da was entsteht. Also das ist so ein bisschen, ja, die Karte von Geduld, Warten, Vertrauen, das anschauen, was er gerne hat. Also er sieht mir ja so aus, als würde er seine Münzen, die er da gepflanzt hat, gerne anschauen. Also das ist so einer, wo er sagt, okay, ich habe schon Geduld. Wir haben es ja gesehen, langsam ist besser als schnell. Lass die Liebe gedeihen, lass sie wachsen, nicht gleich in die Partnerschaft reinhüpfen und sich dann kennenlernen, sondern andersrum. Von daher hat er schon auch die nötige Geduld, oder hatte sie auch, um sich da Gedanken zu machen. In seinem Rückzug-Video heißt es ja, lohnt es sich auf ihn zu warten. Sprich, wartest du ja irgendwie, dass da jetzt was passiert. Aber in diesem Orakel, sage ich es dir, schaut es bis jetzt ganz gut aus, dass er ja hier endlich mal gecheckt hat, ja, ich will, dass da was vorwärts geht. Ich möchte Partnerschaft, ich möchte neu anfangen, ich möchte die Vollendung haben, die Themen, die Verbindung, der Erfolg. Ich habe jetzt genug Geduld mit mir selber vielleicht auch gehabt, um mit mir im Klaren darüber zu werben, was ich möchte. Okay, sehr schön. Aber wie gesagt, wenn du gerade auf einen Wunschpartner wartest, ja, und du bist dir nicht so ganz sicher, wo das Ganze jetzt hingeht, und du gehst dir nicht total in Resonanz, dann bitte melde dich bei mir. Da machen wir natürlich das Reading ganz persönlich für dich, weil wenn ich sehe, dass es bei dir überhaupt keinen Zopf mehr hat, dann sage ich dir das auch. Ich sage es immer so, wie es fällt. Kannst jeden fragen, der schon ein Reading hatte, wenn es nicht gut ausschaut, dann mache ich dich gerade, dann schaue ich, dass es dir gut geht, dann schaue ich, dass du einen guten Weg hast und dass du nicht leidest und in der Bedürftigkeit bleibst. Also hätte auch anders ausfallen können, na? So, wir schauen weiter. Wir wollen ja noch eine Klärungskarte zu den sieben der Münzen. Das ist ja so eine Geduldskarte. Ich habe Zeit, ich schaue, wie das wächst. So, und da sind jetzt die Mäuse gefallen. Ja, die Mäuse, die nehmen ja auch immer was weg. Na, und da nehme ich aber jetzt wirklich absolut den Rückzug wahr, dass dieser Rückzug jetzt mal zu Ende geht. Ich entnehme dem Deck schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, dass es ihm nicht so gut geht in Bezug auf euch beide. Na, hier Gedanken um den Rückzug, hier Kopfkino, na, dass etwas an ihm nagt. Aber, ähm, ja, das wird besser werden, weil, wie gesagt, mit Geduld und Spucke geht es dann auch voran. Wir schauen jetzt aber trotzdem gleich nochmal in die letzte Karte. Das waren zu viele. Da hast du das Gefühl, irgendetwas nagt an ihm. So, da bist du ja, also gut, ja, klar, da habe ich jetzt eigentlich drauf gewartet. Du bist jetzt hier noch am Ende gefallen. Ähm, dass man vielleicht sagen kann, irgendwie nagt was an ihm in Bezug auf euch beide. Na, aber weiß er vielleicht nicht, dass du bereit bist, diese Beziehung fortzuführen. Vielleicht weiß er nicht, ähm, ob er dich vielleicht zu lange hat hängen lassen. Na, weiß er nicht, ob da, ob das, ähm, ja, ob dich das vielleicht weggestoßen hat, wenn er im Rückzug ist, wenn er dich warten lässt, ähm, wenn er nicht gleich bei dir ist. Also, ich denke mal, es geht hier um dich hier unten. Hier geht es um Geduld. Hier geht es ums Warten. Hier geht es ums, ja, ums Vertrauen auch haben. Ähm, ja, ich denke mal, wenn ich mir die drei Karten da unten anschaue, er ist schon dabei, vielleicht das gewisse oder das nötige Vertrauen aufzubauen, was dich angeht, ja. Im Endeffekt schauen die Mäuse ja auch davon weg, ne, man sagt ja immer, guck mal, wo die alle hinschauen, so im Deck, ne, ähm, dass hier das Vertrauen auf jeden Fall entstehen kann. Das braucht er, das brauchst aber du auch, ne, wenn er dich hat warten lassen so lange, dann musst du ja auch irgendwie, äh, sagen, okay, jetzt bist du da, das ist schön, aber bleibst du denn auch da, ne, das können wir ja demnächst mal legen, ähm, alle zusammen, das machen wir auch, na, ähm, aber jetzt hier in diesem Deck, wenn ich die Frage in dem Orakel für die Kollektivenergiestelle, lohnt es sich auf ihn zu warten, hier definitiv ja. Und wenn du es ganz genau für dich wissen möchtest und du hast auch Schwierigkeiten rund um die Liebe, dann schreib mich gerne an oder den Kartenleger deines Vertrauens, sollte ich das nicht sein und lass dir bitte persönlich die Karten legen, ein persönliches Reading machen, ganz speziell für dich und deine Situation, wenn es dir nicht gut geht, na? Ja, schaut schön aus, meine Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, äh, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen drauf, äh, schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat, ähm, ja, und ich lege trotzdem so weiter, wie ich bis jetzt immer gelegt habe, wenn, ne? Also macht's gut, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus!